Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20! Mit dabei der Mulle! Hallo! Und meiner Einer, wie immer! So! Vielleicht mich widerhallend! Vielleicht mich widerhallend! Vielleicht mich widerhallend? Ja, auch so ein bisschen! Moment, schau bisschen! Das war ja die Ocarina! Die tut aber gerade weg! Besser? Ähm, Test-Test? Ja, klingt gut! Ja, warte mal wie ein Kabel was los ist! Auf jeden Fall! Ähm, wir haben mal jetzt ein bisschen überlegt... Strom-mäßig! Naja... Sieht doof aus! Und dann... Wir haben aber noch ein fettes Loch in der Haustür! Ach ja, stimmt, war ja was! Ah, dazu kann man... Jetzt werde ich da auch noch was eingefallen... Ja, ja... Ich mach das jetzt hier erstmal gerade noch provisorisch, dass hier an sich alles in die Haustür reinläuft... Naja... Mach ich dann nachher noch schön... Ja... Auf jeden Fall! Ähm... Wir brauchen mehr Uran! Und da ich keinen Bock habe, alle zwei Stunden eine neue Farm zu gehen... Und dann... Irgendwie so wieder einen gefühlten Steck Dia mitzubringen... Weil das geht mir langsam auch schon auf die Eier... Haben wir uns überlegt... Wir machen uns heute mal einen... Blutonium Re-Prozessor an! So... Hä? War das Cyanide Re-Prozessor oder...? Oh, Cyanide Re-Prozessor! Okay! Ja... Haben wir noch ein bisschen Kraftfett... Haben wir sogar... Das war einfach... Ja... 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 Nehmen wir das noch... Und... Ein bisschen von dem Gialurium... Dodof... 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 So... Video ist auch aufgenommen, wie ich mich jetzt zeige... Und ich bin... Ehrlich... Ich habe ein bisschen Angst, das zu zeigen... Ich bin mir immer noch... Nicht sicher, ob ich es wirklich machen soll oder nicht... Was meinst du? Oh... Boah... Hau raus... Pfff... Jetzt habe ich dann jetzt... Äh... Vier... Äh... Acht Reaktor Casings gemacht... Naja... Es ist irgendwie... Mäh... 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 Es ist ein komisches Gefühl... Äh... Dass ja wirklich jeder... Äh... Jederzeit wissen kann, wie du aussiehst... Ah... Dann... Also es muss ja nicht unbedingt jeder deine hässliche Fresse sehen... Ah... Doch... Immer gerne doch... Ah ja... Das wären zwei wundervolle Wochen... Äh... Zwei wundervolle Monate auf der Triffa... Wo ich aber noch ein Gefühl habe, dass ich dran aufgehen werde... Wegen dir... Immer gerne doch... Okay... Ähm... Hier war dann jetzt... Das... Da... Das... 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 Und... Wada... Das... 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 Pack ich jetzt mal jetzt so... Ähm... Das... 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 Do... Hab... Schon wieder vergessen... Kupfer... Gold Muckets... Redstone... K upcoming Gold Muckets... und... Rots Stein... So... und zwei Wasserflaschen... Ok, Slice & Splice, das da hin, das da, was hat er Basic Capacitor dahin und es wird geslice & spliced. Gut, wir brauchen dann noch ein bisschen Solarium, das war Gold und Solset, ok, 1,2,3,4,5,6, Ah ja, was ich dann nochmal gerne mit dir in den nächsten Folgen mal machen würde, hätte ich mal ein bisschen was mit Twilight Forest an Action. Ja stimmt, ja, da haben wir bisher noch nicht so viel gemacht, wirklich krass, dass der Action war da, als ich an den Scheiß-Hacken gestorben bin. Irgendwie ja. Ah ja, und die unsichtbaren Hunde. Ah ja, das war auch noch neuse Story, aber wenn man sich mal den Twilight Forest anschaut, äh, würde ich sagen, das Portal verlegen wir auch auf nach hier vorne, keinen Bock dann nach hinten zu fliegen. Ok, der Torment als Enderman Head ist fertig, jetzt brauchen wir noch 2 Energetic Alloy, mhm, Machine Chases, ja, Energetic Alloy, das war glaube ich, ja, Gold, Restor und ein wenig Klo-Stein. Alter, ich sage dir, ich bin momentan so verschnupft, ich hab recht, ich hab ne Erkältung gesessen. Oh, das sollte nicht ungenügend Geheimnis. Ja. Spätestens am Wochenende wird richtig flach, hab ich im Gefühl. So, nochmal ein. Kommen wir jetzt mal auf das Koffer. Dann haben wir da wenigstens ein bisschen schneller weg. So, Machine Chases, jetzt kommt das wieder. Das war auf jeden Fall so. So, hab ich das aus, wenn ich das bekomme? Boah, hab ich's drauf. Alter, hab ich das drauf. So. So, noch 2 Energetic Alloy und wir verhindern jeden Moment, 3 Mobs spawnen. Aversition Obelisk. Stellen wir einfach mal hier hin. Ach, der braucht der F! F... 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 Ich bin an überlegen, wo man den ganz schön verstecken kann. Da klatscht man hier hin. F... 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 Ah, unser kompletter Baum ist gerade safe vom Spawn. Oh, das ist gut. Also den haben wir echt perfekt platziert. Achso, wo hast du denn aufgebaut? Ähm, den habe ich gerade noch was versteckt. Guck mal kurz ganz nach unten. Jo. Ah, ok. Der geht auch nur 48 in die Höhe. Achso, ok. Also müssen wir dann mal später eine Kapazite reinpacken. Oh, wir haben wieder Uran. Ähm, quasi hier hinten steht er. Macht das Ding, ok. Ja. Braucht halt der F. Ist momentan dauerhaft aktiv. Ja, wieso habe ich eigentlich zwei Wasserflaschen gemacht? Wir haben hier noch jede Menge drin. Ja gut, dann tue ich das nochmal gerade weg. Ich würde sagen, dann machen wir heute mal eine kürzere Folge, weil ich wusste gerade nicht, was wir jetzt noch in der Folge machen sollen. Schnell. Ja. Ich würde sagen, tut mir leid, dass es ein kurzeres ist, aber vor allen Dingen sind sie sowas produktiv. Ich würde sagen, wenn ich die Folge trotzdem gefallen habe, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen und Kritik, also in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Boah. Tschüss.